Wir fahren jetzt in den Roseberry Provincial Park. Selbstregistration ist in Effekt, man muss sich selbst registrieren. Der Roseberry Provincial Park liegt zwischen den beiden Ortschaften New Denver und Necasburg in den Kootenays. Der ist hier wunderschön an den Creek gelegen, ich weiß nicht, ob man das durch die Bäume sehen kann. Und auch hier gibt es noch einige freie Plätze. Aber hier ist auch was vorne. Hier auch. Hier ist es noch ein paar Minuten. Ja, ich schätze so etwa 30 Plätze hat er aus meiner Erinnerung heraus, in der Größenordnung hier. Damit haben wir den Loop dann auch schon wieder beendet. Diese hier, die Camps, sind im Moment nicht in Benutzung. Ach, hier ist noch einer. Jetzt ist es lustig. In den hinteren Loop sind wir jetzt nicht reingefahren. So, wir fahren jetzt wieder genauso zurück, wie wir gekommen sind. Auch hier noch alles rein. Und verlassen den Ausberg vor den Schiffmarkgang. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal.